Eine Lektion erteilen, Sir, in Kriegsrecht. Oder lieber Ihren Kindern. Wer hatte die bei sich? Das war ich, Sir. Ich wurde verwundet, diese Menschen nahmen sich meiner an. Sie haben nichts mit den Depeschen zu tun. Schafft ihn nach Kinden. Er ist ein Spion. Hängt ihn öffentlich zur Schau. Er ist Meldereiter. Die Tasche ist gekennzeichnet. Tötet das Vieh. Die Pferdelast für die Dragoons. Colonel, das ist ein uniformierter Meldereiter mit einer gekennzeichneten Tasche. Sie dürfen ihn nicht festhalten. Wir werden ihn nicht festhalten. Wir werden ihn hängen. Colonel. Vater. Oh, ich verstehe. Er ist Ihr Sohn. Nun, vielleicht hätten Sie ihn Loyalität lehren sollen. Colonel, ich flehe Sie an nach dem Kriegsrecht. Kriegsrecht? Soll ich Ihnen eine Lektion erteilen, Sir, in Kriegsrecht? Oder lieber Ihren Kindern? Nein, verschonen Sie meine Kinder. Sir, was geschieht mit den verwundeten Rebellen? Tötet sie. Was? Vater. Tut doch etwas. Halt den Mund, Junge. Geh wir in love! Thomas! Malte! No! Nein! Thomas! Meine Frau! Dumme Binger! Captain? Thomas! Das ist ein Zeug. Was ist das? Oh, Gott. Elika! Elika! Ja, ich bin. Ihr bleibt alle hier. Ihr bleibt alle hier. Nathan, Samuel, Margaret, geh in die Felder und versteck dich mit William und Susan. Falls wir bis Sonnenuntergang nicht zurück sind, bringst du sie zu Tante Charlotte. Hast du das verstanden? Kommt. Untertitelung des ZDF, 2020